Heu, Willen! Heu, hat die, hat die. Lange, lang, lang, lang! Lang, lang, lang! Halt die langsam! Lange, lang, lang! Lange, lang, lang! Lange, lang, lang! Das ist immer, das ist immer, man mag das Spielstück, aber... Das ist immer, man mag das Spielstück, aber... Das ist der Bündchen. Ach, der Goalie, oder? Ja. Der ist ein komisches Gefühl, der wird aufs Malte. Wer denn? Zamböcker wird aufs Malte? Wer denn? Zamböcker wird aufs Malte. Das ist immer verdammt stark, die noch mag der. Gibt es gut. Die haben auch schon gespielt. Letzte Woche haben sie auch nicht schlecht gespielt gegen Polling. Schöne Abzeigetarfen zu schieben. Können sie nicht leisten. Und den Ball holen. Außer es trischt einer von der Mittellinie. Und 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 holen. Der ist weg. Oh der kommt gut. Der kommt sehr gut. Ist ja wirklich ein netter Kerl. Ich glaube ja. Ich denke jetzt nicht so viel wie die Ampfinger oder Buchbaucher. Aber ich denke mal die werden... Auer. Das war ein schöner Strich. Ja. Zuschauer abschießen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es gestern mal kurz gesehen wer heute spielt. Aber ich habe keine Ahnung. Und Hannover hat ja gestern wieder verloren. Die steigen ab. Die werden 100 Propp steigen. Die steigen ab. Die werden 100 Propp steigen. Und der Ball auch da. Ja. Leer Dampf! Leer Dampf! Leer Dampf! Leer Dampf! Julian, Simon, gehen jetzt zusammen! Leer Dampf! Die müssen es auch mal nach der Klasse werden. Der ist so gut. Ich kenne ihn so gut. Der hat letzte Woche auch Buttar gespielt. Der ist so gut. Der ist so gut. Der ist so gut. Eieieieiei! Scheiß gar nicht, Scheiß weiß nicht. Oh, Kiel! Der ist so gut. Ich glaube, ich habe den Tempo kommen vorher hier. Der ist so gut. Der ist so gut gegangen. Oh, die schlägt. Das ist so, dass die Zonde interessiert wird. Klar, ist ein Dördi. Was denkst du? Oder? Jo. Mhm. Gehen die Gurter oder können die nicht mehr aufsteigen? Bitte? Gehen die Gurter, die Zonde? Äh, ich glaube irgendwo im Mittelfeld stehen sie. Ich hab das Gefühl, der probiert es direkt. Der hat perfekte Schussposition. Genau deswegen. Ne, oh Gott. Ich hab's doch direkt von so einem schönen Winkel war's gewesen. Ja. Ich hätte ihn auf den Winkel gezogen. Ich hab vorliegen, hab ich jetzt auch kurz angeschaut, wo ich so ein paar gebraucht hab zu ihm. Grüß dich. Hahahaha Das Blick schon Scheint, Scheint, Scheint! Scheint, Scheint, Scheint! Scheint, Scheint! Scheint, Scheint! Das ist schon so... Hahaha Video smoker Aggregiert Das Lächeln Das kleinkt Das wirkt mal aktiv Aber in's lange Ich kann nicht Keiner Springer Halt, Halt, Halt Halt, Halt Vielleicht geht es noch Na warum nicht Die Gattel im Auge hat remo Oder nach Polach. Richtig. Willst du alles bezeichnen? Bitte mach dich zu so'n schönes Ball hierher. Ja, dann mach ich die Kalecce. Bei Bier, willst du nicht das Schiff? Bist du schon wieder Bier? Was scheitest du auf dem Leben in Bayern? Hm, richtig. Zum Frühstück erst mal ein Bier. Wenn wir jetzt in der Lino-Mensche wieder doch sind, dann ist es zu kratzen. Ja, ohne Witz. Komm, sind die Meister weiter? Achtung, lachen wir voll. Raus, vielen, ran! Raus, vielen, ja! Raus, vielen, ja! D'laus, vielen, ja! Sama! Bitte, bitte, bitte! Lass ihn er! Scheiße. Mhm. Ich hab da hier einen Schuh gekehrt. Oh ja. Eifenbar. Richtig schön reinschlenzend ins Tor. Komm wir wollen ein Tor des Monats sehen. Also ich würde auch kurz sagen, ich würde es direkt probieren. Uuuuh. Geht ja nieder. Bumm Tor. Ich hab sofort gesagt, das wird man jetzt. Ja. Ja, nur für immer Matto. Ja, ja. Ich glaube 2 an 2 an. Also 2 an 4, glaube ich. 2 an 4, glaube ich. 2 an 4 sind wieder zurückgekommen. Heute sieht der 1 an der Rote ab. Ich hab gemütlich auf der Bank und warte nur auf meinen Eintrachten. Haha. Ja. 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 Ja ja. 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 Das war jetzt mehr Glück als Verstand. Ganz deiner Meinung. Ganz deiner Meinung. Ja, genau. Hey, Jun. Ja. Neckte mir die Frage. Liedelaufbegeg, jungs. acht. Kippe, kippe, kippe! Ja, okay, ja, ja. Richtig. Okay. Ja, super. Kommt! Ja, super! Ja, super! Jetzt geht's schon los. Wenn wir gespielt, geht's schon wieder los. Das ist auch dein gutes Recht. Und Tor. Jetzt noch. Wo ist die Mucki? Gibt's nicht. Gibt's keine Mucki für das Tor. Wo ist jetzt die Hauptschweige da? Ganz lang suchen. Hier gibt's keine Anzeigetafeln. Dafür reicht das Budget nicht aus. Nicht aus dem Frum, du bist gestützt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.